So Leute, endlich weiter geht's wieder bei ARK Megamesh! Wow, super schön flüssig, wow! Ja natürlich, nochmal! So, ich hab hier viel Metall gebrannt gehabt, ne? Yala! Ja! So! Jetzt! Hauen wir nochmal die Ressourcen hier raus. Ach ja, und da hat auch ein bisschen was hingestellt beim Server. So, ich brauchte ja... Das werde ich wohl brauchen. Ich weiß einfach mal... Aha! Aha! Jetzt kann ich die Ressourcen also auch alle voll... Aha! Aha! Ich hatte da wirklich was fehlen eigentlich. Ja! Nein! Idiotenholz! Doch nicht! Kann man das abbrechen? Oh, scheiße! Ja, egal jetzt. Jetzt hab ich doofkopf das zweimal gebaut. Ich nabel. Ah! Das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn immer noch so dämlich sein? Also manchmal echt, ne Leute? So, dann wollen wir mal jetzt den Tischchen kloppen. Number four. Genau, perfekt. So, jetzt beginnt er, dann wird das Fenster schon frei. Ja! So! Ja! So, zack! Pfff! Die Schuhe ist aus von dir auch schuldig, ha? Ach so, mit dem muss ich jetzt mal ein Fehler machen. Mein Fehler! Aber jetzt ist alles richtig. Jetzt ist alles richtig. Jawoll! 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 Gut, das packen wir auch mal da hin. So, zack! Und was ist das so ein bisschen raus? So! Oh! Warte mal! Nein, ich hab doch einen Fehler gemacht! Wir machen erstmal zack und... Ja! Am besten halbieren. Oh! Scheiße! Jetzt hab ich Idiot missgebaut. Jetzt hab ich Dummkopf missgebaut. Neiii! Ja, toll, das kann ich aber lange dauern. So ein scheiß Mist auch. Ach, das geht's doch jetzt nicht. Oh, scheiß. Ah, wisst ihr was? Komm. Äh. Okay, jetzt kann ich aber schon ein bisschen gehen. Genau. So. Ne. Miss. Ach, Mann! Ah! 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 Hm. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, beschiss... Komm, ich höre, was du heute... Das ist jetzt alles schwachsinnig. Jetzt schmeiß ich aber alles raus und traumatic. Warte mal, Moment, Moment, Moment! Ich könnte jetzt alles wieder einzeln aufnehmen. Ich könnte jetzt alles einzeln wieder aufnehmen. Ja! Was is denn das für Quatsch jetzt? meine fest habe ich es für blödsinn geworden was mega na ja hier ist es warte mal warte mal das russreiter moment so scheiß mist ja jetzt jetzt so genau das kann ja wohl ich war da jetzt was soll der beschissene miss hier man das ganze aber die werkbank reinpacken wieso habe ich nur noch 195 metall ach so weil ich ja 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 genau weil ich ja habe ich alles eingesammelt jetzt nein schon vieles verfallen scheißdreck ach die güte so hat schon wieder gefahren ist noch einmal so zack und und ja ging auch gut so meine fresse zack 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 ah man ok das wird jetzt gerade wieder weiter heil ich darf nichts machen ich darf nichts machen ich muss jetzt richtig ruhig bleiben so schrank so zack haben wir es doch und stroh rein so zack so waffen nahkam so leute babababam ja metall achse und mit der spitzhacke perfekten das kann ich alleine mehr lassen euch nicht und die düstern gar nicht leisten können also ja wohl so und das nächste mit das abgeht ist ah ja das nächste was wir jetzt machen ist dass wir nochmal ein bisschen jetzt stein besorgen und so aber erstmal so jetzt habe ich noch mal ein bisschen feuerholz brauche ich und stein 1 stop 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 sagt schon war schon voll das gibt es aber gar nicht das störst die buddhist halbieren und let's go so bahn wie stein schon mal nach hause wo so viel stein wuhu mega ja madre pittikos eigenseitig lad mich doch mal hast du die verstand jetzt war mensch hier nein da da haben wir es doch jetzt ein bisschen schildkröten zusammenschlagen aber mal gucken ob ich das irgendwie ob ich die gamma machen kann gamma gamma 4 aha ja geht hier bei nachts ist es jetzt auch hell ha 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 perfekt habe ich extra so eingestellt ja so dann schauen wir mal dass wir irgendwie eine schildkröte finden ich brauche eine schildkröte oder so einen teppich der am strand rumläuft warte mal ich glaub ich seh da hinten schon was ja eine schildkröte das was ich brauche perfekt komm her schädel wir brauchen keratin come on come on dir haue ich jetzt die füße runter denn es vorbei mit dir hast du verstanden let's go let's go let's go let's go let's go oh geht noch mehr wow mega yeah rohes fleisch oh viertausende rohes fleisch schlägt mich an den Arsch wuhuhu übelst mega mäßig ja Leute ne und wie gesagt ich zock hier auf meinen eigenen Server der ist aber passagierig weil das nur für mich ist ne und wie gesagt der eigene Server ist ist auch ein richtiger Server der nämlich direkt hier neben mir ist ja mega mäßig hallo holo dir jungs koläža Oder was? Dann füge mit ihm, und dann... Acht, hier, hier, schweig! Hier, ich sage, ich sage... Ah, ich bin hier, ich sage, ich sage... Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage... ach ja das freundliche her genau stimmt alles gut richtig mama und papa so erst einmal sagt so keratin dahin und das dahin hier habe ich doch ein paar keratin zitiert das reicht schon wieder nicht ach ich muss jetzt noch ein Gramm lernen ich schädel heute natürlich fast vergesse Entschuldigung richtig ich muss doch erst mal Cement lernen wo schauen wir mal eben Cement wo haben wir Cement Cement Gidierte Aja da so und jetzt let's go So, und, are you ready? Boah, mega! Boah, das ist schlecht gerade. Oh, ich habe ein bisschen zu hart auf meine Wunde. Oh, das ist gerade ein bisschen schlecht geworden. So, zack, Diddle, dumm. Mama ist krumm. Hahaha. Pff, Moment, wieder gestiegen. Yeah, 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 la, 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 la. Boah, schon wieder? Ach ja! Ich weiß noch, weil ich gerade die ganze Zeit am Krämpfen bin. Ah, wie gut! So, das war wieder eine ordentliche Summe Stroh. Nee, Stroh machen wir eher damit, ne, oder? Und eins und zwei, sag ich doch. Und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn und elf und zwölf und sieben und zehn und zehn. So, gelob. Boah! Was, 14.000? Uh, also Stroh ist jetzt definitiv genug. Uh, ha, ha, ha! Mega! Stroh ist jetzt definitiv. Ja, schuld. Hahaha! Wie gesagt, Leute, da ich das ja nur für mich spiele, passt das alles schon so. So, so, boah, da war mega viel Stroh, ladies, oh, holst auch noch weiter zurück. Woo! Mega mäßig! So, jetzt das nächste. Boah, ich muss jetzt mal sehen. Boah! So. Eins. Uhuhuhu! Feuerstein, perfekt. Und zack! Perfekt, das reicht schon, mehr brauchen wir nicht. Ah, Mist! Gut, wir machen mal... Ja, Feuerschein halbiere ich mal einmal kurz. Halbieren. Und immerhin wenigstens. Let's go! Und das andere Feuerschein holt euch einfach auch noch, eben schnell packt er auch noch mit rein. Bingo! Let's go! Let's go! Ja, Leute! Yeah! Let's go! Schon wieder geil! Eins, zwei, zwei! Oh, yes! Uaaaaaahhh! Uaaaaahhh! Uuuh! Oh, oh! Uuh, schon wieder! Uuh! Uuh, 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 schon wieder verschwindelig. Uuuuh! da ist das paket noch schnell nehmen ladies und sofort voll ach metall vergesst absolut mein fehler weil ich 400 meter mal so zack schwein metal erst mal dahin so finde gut das ist metall ist so viel kommt perfekt mama und papa sitzen auf dem baum sie lügen man glaubt ist jetzt weiß ich kann also immer mehr und mehr tragen wie geil leute ja sack ja 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 ok er ist auch hier weiter und stein genau gut aber doch jetzt noch mal ordentlich ne menge was jetzt ist aber normal passiert so wie viel stein hätte liegen lassen das gibt's doch nicht aber das geht immer noch nicht dass ich doch wohl nicht jetzt aber gute holt das andere weiß ich auch noch mal eben schnell laufen 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 madre pt city kurs everybody i can see die eigentliche doch schnell noch die anderen beiden holen dann noch mal weiter prügelt okay ist gleich schon durch oh mist das falsche wo barmikus pastramikus ja gut passt aber auch schon mal weil hier ist ja schon ganz viel metallrüstung hatte ich glaube ich auch schon freigeschotet ne ich guck mal rüstung metall kann ich das erstellen oder metall aber ich könnte die leute let's go das ist doch eben fix metallrüstung frei und dann ja 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 everybody i can see so das ist hier teenry stock wollen wir nicht auch richtig metall direkt haben ne es ist leicht perfekt haben so dann ein zwei Ich bringe sie wieder Ladies und Gentlemen everybody I can see everybody I can see 1, 2, 3, 4 YEAH! Wooh! so, jetzt ist es hell jetzt kann ich ja, was, ja doch, etwas schnell jetzt reicht es mal wieder mit Gamma zack so, folgendes jetzt noch zum Abschluss da wir schon bei 21 Minuten sind hol ich mir eben schon das und das draus das erste Dahina und das Dahina so und jetzt will go ja, da würde ich sagen, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen abonniert meinen Kanal, gib mir ein hoch und bis zum nächsten Mal bei eier Kasse already, boy, bye bye bis zum nächsten Mal bei eier Kasse